Jo, hi, willkommen, mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of the Hysteria. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Rätsel in den Ruinen gelöst und wurden von Helions angegriffen und so weiter und so fort. Nicht gute Sachen. Und Rose hat um Hilfe geschrien. Hm. Oh, dann sollten wir vielleicht helfen. Was? Was? Was ist der... Dragon-Newton? Das ist ein jahres Mann. Der Drone-Dragon-Ultat ist ein Schicksal. Der Drone-Dragon-Ultat ist ein Schicksal. Ich bin der Ehrte. Ich bin der Ehrte. Ich bin der Ehrte. Okay. Er ist eindeutig. ich habe keine lust zu sterben ich habe keine lust zu schmerzen Was ist das? Ich bin sicher, dass ich ein Zwei-Szwei-Szweihe. Aber ich weiß, dass man ein Zwei-Szweihe und auch ein Zweihebt ist. Ein Zwei ist einfach... ein Mensch. Ach so. Es ist ein wirkliches Ziel. Nämlich nicht ein Zwei-Szweihe. Ich würde mich ein Zwei-Szweihe. Ich würde mich für dich entscheiden, was ich. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Hey, mein Name ist Mikurio! Komm her! Ja, ja. Mikurio! Was? 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 Lass doch mal aufhören! Leute durch die geringen Zoo hauen! Ah... Ich habe gesehen... Aber... Das ist doch... Das... Das ist so teuer, nicht wahr? Ich hab mich verstanden! Ich hab's gemacht! 3... Mikurio... ... und... Was? Was ist das denn? Ich werde auch tritt! Der ist ja noch voller Armrat bei uns. Natürlich, sondern der Wettbewerb. Was? Ist es ein Anzeichen? Hm? Was? Ist es nun? Was? Ist es dann? Was? 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 Was ist das? Was ich mit der Bedrohitung? Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Oh Gott. ganz vergessen retten als er auch noch bei uns bloß nicht näher zu kommen man jetzt hat mal geklappt da bin ich abgebrochen werde dann kann ich keine seiten schritte machen was sollte das kann keine seiten schritte und so machen man auch keine items oder so einsetzen super sind ganz sicher noch einmal abziehen mei war es ist mir da fai far so doch mehr ja ich kann auch ein bisschen schwarz einsetzen einsetzen der kampfmaschine seien bitte ja schon wieder los man kann doch mal so viel aushalten man das ist ja nicht wenn gebraucht er noch da also nicht für die gekürzte version machen wie man mit lokal und so weiter leute wie lange braucht ihr noch macht den da schon so fertig alter ich werde noch einmal getroffen bin schon beinahe tot ich wollte vielleicht sehr viel mehr abzuhören langsam wird es ein bisschen lang ja langsam wird es ein bisschen zu lang ja langsam kann man kann schon mal vorbei sein jetzt noch mal ja dann dauert noch hier noch hallo vielleicht versuchen wir anzugreifen in seine anzugreifen normal kann ich aber trotzdem das gefährden da ich mach doch mal endlich ja schon ja schon ja schon ja 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 ich muss mal hintern treten ja 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 Der ist echt ein Rätsel, wie die Charaktere gerade war. Leute, ich spreche. Er hat gleich zwei Charaktere dazu bekommen. Das ist doch mal geil, oder? Er kann doch trotzdem noch ewig. Sie ist voll im Hörer da reingegangen. Das ist doch mal zwei Charaktere, die fusionieren können. Sehr gut. Ich dachte, es ist Alicia, der die fusionieren könnte. Man hat doch so im Intro gemerkt, nee. Das ist sie. Aber kann sich Alicia auch irgendwie transformieren? Dann ist sie ja die Schwächste von allem, glaube ich. Ich bekomme irgendetwas. Ja, ich bekomme irgendetwas. Aber ist dieses Ding am Boden? Nee, sie macht das. Er passt nicht zu gut auf hier. Kommt wieder gesteuert, ne Katsch her. Er will nicht die Dings machen, ja. Na ja, wird nix. Ach. Jetzt kann ich Dings nicht. Ah, klappt der Dings hier nicht. Äh, Figurwechsel. Er hat mich Leo jetzt kaputt. Wenn er jetzt verreckt, ne? Warum werde ich nicht geilt? Ich werde ja von jemandem geilt. Aber was macht ihr denn? Oh, Miklios, mein Start. Jetzt wurde ich geilt. Nicht töten. Jetzt töten. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ich bin mein Freund von Führerin und mit nem Kurs für an der Helle von Wurz. Ich kann auch meinen Gehirn wegwerfen und damit erchen den Schmutz und einen Runde alsgült, am Schroppel. Du bist nicht nur an, wie ein Schroppel. Das war's und dann war es nicht nur ein Schroppel. Du wirst all die schrecklichen Zijungen eingeladen. Be Tag das Schroppel und ich will nur ein Schroppel, aber nur was ich mir zu ihr. Was ich verletze? Was ich... Laira! Warum hast du diesen Mann gebetet? Ich bin dieser Mann. Der Dezell-Dexel ist, dass er nicht ohne Hörmah war. Rose? Genau. Wenn wir uns mit uns kommen, Dezell-Dexel ist, dass er nicht ohne Hörmah war, dass er nicht ohne Hörmah war. Das war's für mich. Ich bin auch der Hörstück der Welt. Ich habe keine Ahnung, dass es nicht möglich sein muss. Wahrscheinlich. Aber so ist es... Lose, ich habe mich gehalten. Die Frau, ich habe mich gehalten. Ich habe mich, dass ich das Leben und das Kraft habe. Ich habe mich, was ich hinterher geplant. Ich habe mich, was ich gemacht. Ich habe mich, was ich nicht wissen. Das war's für heute. ok aus ihrer erworben aber auch okay ich wollte sagen welches bild hat hinstoff zurück hier rechts um einen windsturz weg und ich nach vorne zu teleportieren solange sich ein reichwort ein stück boden befindet auf den du land kannst kannst du damit sogar stuchten erwähnen und orte reichen die sonst unerreichbar werden okay ok weit wahrscheinlich kann ich nur mit verdammt ich hab vollzeit verschuldet ja Was ist das, was er? Was ist das? Er hat sich über die Kraft der Welt zu verbreiten. Ich glaube, dass Dezelle immer noch lange verbreitet hat. Er hat sich schon seitdem erinnert, dass er nicht so viele Verbreiten hat. Ich glaube, dass er nicht so gut ist. Ich habe mich nicht mehr über die Beziehung der Beziehung von der Beziehung von uns. Aber Dänzel hat ihn noch immer wieder an der Beziehung von Rose zu verhindern. Und wie er erinnert, hat Rose auch einen Ratschern. Er kann sich um seine Meinung nachwenden, um ihn zu retten. Er hat sich um die Ratschern zu verwenden. Er hat sich in der Tat zu erinnern. Ich weiß es. Ich habe das Gefühl, ich kann nur reden, solange diese Balken da sind, ne? Deswegen renne ich hier so schnell wie möglich zu allen. Solange der noch Helions töten will, ist doch nichts Schlimmes. Da bin ich mir auch sicher. Und reden wir aber mit denen. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich? Aber was ich? Ich liebe Rose und Dezelle! Was? Was hast du gesagt? Ich dachte, dass wir uns nur mit uns sind. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht sehen können. Ich bin der Fall, wenn ich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich da sein kann. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Die Leute, dass ich nicht so bin? Ja, das ist mir so. Ich bin... ...Defendig, bitte. Ich bin der Fall, ich kann nur sagen, dass ich mich nicht verletze. Okay, chill. Ja, Mcleo und Hunde, ne? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Kao, das war's. Das war's für heute. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe auch schon erwartet. Ich weiß nicht so, was ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde nicht spielen. Ich werde wieder zurück. Ja. Ich habe noch nichts gesehen. Und ich habe noch einen Weg gefunden. Das heißt, es ist eine Sache zu tun. So! Das war eine echt große Gruppe, ja? Wo ich meine Gruppe an die Weiß haben. Was dieses Ding? Da konnte ich meine Gruppe an die Weiß haben. Angriffsschritt. Von einem Angriff. Da kommt es um 10. Ich spreche erstmal hier und beenden den Part. Und ich sage dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales for Mysterio. Ich bedanke euch alle herzlich für's Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja. 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 Ja.